Wir haben Luftbilder, von denen wir abzeichnen können. Google hat Street View und dieses umstrittene Instrument haben wir ja jetzt bei OpenStreetMap auch zur Verfügung. Und was es damit im Einzelnen auf sich hat, das erzählt uns jetzt Lars Schirmer. Ich wünsche viel Spaß beim Vortrag. Ja, moin. Wer im Raum kennt Mappeleri noch nicht? Gut, dann fangen wir ganz von vorne an. Mappeleri wurde zwar schon auf der Foskis 2014 in einem Lightning Talk vorgestellt, aber machen wir mal ein paar Infos. Es ist eine Firma aus Schweden und sitzt in West Hollywood auch. Vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren gegründet und sammelt eigentlich Street Level Fotos wie Google Street View und in einem Open Source oder Crowdsourcing Ansatz mit einer teiloffenen Lizenz. Also jeder kann dann Fotos hochladen und es funktioniert. und jeder kann sich die Fotos anschauen. Die Firma ist eine kleine Firma. Vor einem halben Jahr hatte sie noch 13 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob sie im Moment überhaupt gewachsen ist oder nicht. Ich bin mit der nicht weiter liiert. Ich bin einfach nur ein freier Kollege wie jeder andere auch, der einfach nur Daten sammelt und das ganz nett findet. Zur Datenakquise bei Mappeleri gibt es verschiedene Methoden, Panoramenbilder, Mobile Apps am Handy, Video machen, normale Fotos machen, wie man will. Wie gesagt, Mappeleri sammelt Fotos von der Oberfläche, sammelt sie alle in eine große Datenbank rein. Fotos müssen alle georeferenziert sein. Also die GPS-Daten oder Positionsdaten sind zwingend notwendig dafür. Die Fotos werden dann inhaltlich miteinander referenziert. Wenn zwei Bilder nebeneinander sind, auf beiden Bildern ist dasselbe Haus drauf, weiß hinter der Algorithmus, die Bilder gehören zusammen an der ungefähr derselben Ecke. Die Fotos werden auch online dann inhaltlich analysiert. Zum Beispiel ist da ein Auto drauf, ist ein Parkbuch drauf, ist ein Verkehrsschild drauf oder andere Inhalte. Die Fotos selber werden dann auch in Open Structure for Motion, das ist ein eigener Algorithmus, der Open Source ist, in eine 3D-Punktwolke mitverarbeitet. Je mehr Bilder an einem Fleck ist, desto mehr Punkte von der 3D-Umwirkung gibt es dann dort auch. Und fast alles, was Mappeleri macht, ist seitdem auch über deren Webseite erreichbar. Jetzt sieht man ja so das Bild ungefähr von Salzburg. Alles, was so grün ist, ist da, wo es halt eben schon Bilder gibt. Da ist jemand schon mal langgelaufen, langgegangen und hat Fotos gemacht. Links unten sieht man von einem kleinen Abschnitt so ein, zwei Bilder, wie es aussieht. Wenn man es in Größe anschaut, das Gebäude sollte man, glaube ich, kennen. Da war ich jetzt Ostern schon mal hier, man sieht links unten vom 26. März. Da war ich hier, habe ein paar Fotos gemacht, rechts oben ist die Karte. Und ja, so kann man sich dann mit den Pfeilen, die es dann auch gibt, dort halt dementsprechend durchklicken und weiterklicken, wie man dem will. Habe ich jetzt hier in der Präsentation nicht, kann jeder am Rechner machen, wo er will. Lizenzen. Schwieriges Thema, wie immer. Mappeleri ist frei für private, non-commercial Nutzer. Steht auf deren Webseite. Es gibt Business-Plans für kommerzielle Nutzer. Klar, es ist eine Firma, sie wollen Geld verdienen. Aber sämtliche Bilder, die es gibt, sind frei zur Nutzung für OpenStreetMap. Zum Beispiel das sogenannte Fotomapping. Jeder kann die Bilder, die online sind, sich anschauen, Daten in OpenStreetMap eintragen. Es gibt viele Bilder, es müssen viele Leute was tun. Die Fotos selber sind unter CCBYSA40 frei verfügbar. Das heißt, frei zum Teilen und Verändern mit Angabe der Quelle. Die Lizenz muss erhalten bleiben. Also jeder kann hingehen, sich die Bilder nehmen und selber weiter damit, was machen, wie er möchte. Somit sind die Daten sozusagen frei. Aber andere Daten, die Mappeleri aus den Bildern selber ableitet, sind nicht frei verfügbar. Da kommt wieder der kommerzielle Ansatz der Firma rein. Datenquellen, Datenakquise. Es gibt verschiedene Apps für Android, iOS. Für Windows Phone gab es auch eine App. Ich weiß nicht, wie aktuell die noch ist. Dashcams, Livecams, die Actioncams, die man hat, kann man dafür nutzen. Videos kann man nehmen, die kann man hochladen. Einzelne Fotos, die man zu Hause hat oder ältere Fotos, die man eingescannt hat, kann man nutzen. Man kann Panoramen hinschieben. Aber sämtliche der Fotos, die man hinschickt, auch das Video, müssen in GPS-Daten vorhanden sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier sieht man mal einen Screenshot von einer App auf den Android. Leider auch schon wieder etwas älter. Sie haben wieder eine Kleinigkeit geändert. Aber das sieht im Endeffekt fast genauso aus. Auf dem linken Bild sieht man auf dem linken Bereich verschiedene Modi, wie die Daten akquiriert werden können. Entweder manuell, immer Knopf drücken, zum Foto machen. Oder automatisch, zum Beispiel hier steht Walking, dass sie alle paar Sekunden ein Bild machen. Oder alle paar Meter ein Bild machen. Relativ simpel. Man braucht die App nur starten und es läuft so ungefähr. Wie gesagt, auf der Webseite werden verschiedene Daten verarbeitet. Natürlich, das Bild wird auf die korrekte GPS-Position auf der Weltkarte gesetzt. Die Bilder werden in einem Track zusammengefasst. Vom Startknopf auf der App bis zum Ende des Startknopfes, der App, bis man Stopp drückt, ist ein sogenannter Track. Und den kann man auf der Karte auch folgen. So, dass man sieht, okay, die Person ist gerade in dem Bereich eine Stunde lang langgelaufen, hat in der Straße die ganzen Bilder gemacht. Aus den Bildern werden versucht, Verkehrszeichen zu erkennen. Ist da ein Stoppschild, ist da ein Vorfahrtsschild und die werden entsprechend auch ausgewertet. In Amerika gibt es jetzt ein paar Aktionen für Behörden, die daraus dann versuchen, auch freie Parkplätze zu erkennen, wo man parken darf, wo man nicht parken darf und so weiter. Gesichter und Kfz-Kennzeichen werden erkannt und ausgegraut. Die werden sogar geblurrt, funktioniert, brauchbar. Man muss aber bei vielen Bildern noch hinten beigehen und das Ganze noch ein bisschen manuell machen. Oder sollte man machen, wenn man wirklich nicht will, dass gewisse Bilder oder so Gesichter erkannt werden. Und wie gesagt, die 3D-Punktwolken werden auch erstellt und die Panoramen, ja klar, werden als Panorama erkannt und halt eben auf der Webseite als Panorama dargestellt. Ich habe in Graz und hier aus Salzburg auch schon ein paar 360-Grad-Kugel-Panoramen gemacht. Wenn man das dann erwischt, dann hat man plötzlich ein schönes 360-Grad-Kugel-Panorama im Anzeigen und kann da halt eben rings umschauen. Funktioniert ganz nett. Wenn man die Bilder hingebracht hat, gibt es natürlich auch Editoren, um die Bilder zu bearbeiten. Aber die sind sehr marginal noch, nur sehr wenig. Die Position kann man verschieben, ist das Bild sichtbar, ist es nicht sichtbar, gehört zum Track oder wird der Track aufgespalten. Das Blurring, also Sachen ausgrauen und das Verkehrsschild. Ist da ein Verkehrsschild und welches ist es? Mehr Möglichkeiten gibt es online zurzeit nicht. Offline könnte man es mit dem JOSM-Mapillary-Plugin auch teilweise editieren. Allerdings im Moment nur vorm Upload kann man die Bilder in JOSM reinladen und die Position ändern und dann zum Mapillary hochladen. Weiter ist leider im Moment in dem Sinne noch nicht viel machbar, aber sie arbeiten noch dran. Man könnte es auch mit ID-Editor machen, wenn man möchte. Und ziemlich viel läuft online auf der Mapillary-Webseite. Aber das ist sehr zah. Vielleicht später noch ein bisschen. Good Practice zur Datenerfassung. Wie gesagt, meistens mit Handy, Mobile-Gerät. Viele machen das am Auto an der Windschutzscheibe. Manche machen es vorne an der Stelle des Mercedes-Sterns dran. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe auch was für die oben, für die, na sag schon, für das Windschutzdach hätte ich bei einer gesagt. Nein, für das Schiebedach gefunden. Eine Halterung, die jemand da eingeklemmt hat und eine Kamera drauf gesetzt hat. Sieht sehr lustig aus. Man kann es aber auch in der Hand halten. Dann nimmt man so das Mobile-Phone in die Hand und läuft dann im Endeffekt so durch die Gegend. Sieht ein bisschen bescheiden aus. Leute gucken ein bisschen, aber es funktioniert. Wenn man in einer Ecke ist, wo noch keine Bilder sind, erstmal schön strikt nach vorne die Fotos machen, damit man das fotografiert, was vor einem ist. Wenn man dann noch Zeit hat und Lust hat, geht man dieselbe Strecke wieder zurück und fotografiert dieselbe Richtung, äh, in die andere Richtung zurück. Wenn aber schon Fotos da sind, von vorne nach hinten, dann kann man das Ganze natürlich auch strikt halten und so 45 Grad, dass man halt eben die Seiten abfotografiert, damit man halt eben möglichst gute Rundumsicht bekommt, das Ganze. Ideal ist auch irgendwie so in dem Bereich Brust- bis Kopfhöhe die Fotos zu machen. Wenn es zu tief ist, dann kriegt man irgendwelche Hundefotos. Ist nicht so schön. Wenn es zu hoch ist, dann kann man über die Hecken in die Leute, in die Vorgärten der Leute rein fotografieren. Ist auch nicht so schön. Wenn man interessante Objekte hat, irgendein Monument, ein Denkmal, kann man natürlich auch um das Objekt herumgehen und mehrere Reihen um das Objekt herum machen, damit das möglichst gut abgedeckt ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sportlich man ist, wie viel Zeit man hat und wie viel Lust man hat. Man sollte dabei aber auch beachten, die Fotos, die man macht, sollten möglichst wenig Leute drauf sein. Personen sind egal. Wichtig ist die Straße, die Häuser, Verkehrsschilder, aber die Personen sollten nicht drauf sein. Und die Bilder sollten möglichst frei von irgendwelchen Reflexionen, Störungen oder irgendwelchen anderen Problemen sein. Ist auch normal. Fotos möchte man gut auswerten können. So etwas wie Handyhalterung am Fahrrad gibt es zwar fertig zu kaufen, manche meinen aber, was basteln zu müssen. Das sind dann die, ich will nicht sagen Verrückten, aber die Leute, die sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, die machen dann drei Kameras gleichzeitig auf dem Gepäckträger. Und natürlich ein oder zwei nach vorne noch dazu. Kann man machen, muss man aber nicht. Eine Kamera reicht und ja. Probleme. Ich bin ja schon zwei Jahre dabei. Und Probleme gibt es immer und immer wieder. GPS-Empfang. Gerade in den Bergen, in Städten, wo diese schönen Häuserschluchten sind, nicht immer gut. Und das heißt, weil der GPS-Empfang nicht gut genug ist, macht die App automatisch keine Fotos. Nicht schön, muss man entweder einen schlechten GPS-Empfang nehmen und hinter korrigieren oder sagen, gibt keine Fotos. Schlechtes Licht. Handykamera ist natürlich immer ein Problem. Wenn die Fotos mit den kleinen Linse, mit dem kleinen Chip, braucht man natürlich gut Licht. Wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist oder Dämmerung, können die Bilder teilweise richtig mies werden. Position der Kamera, wie schon gesagt, nicht unbedingt in Kniehöhe und auch nicht unbedingt, wenn man eine Straße läuft und rechts ist eine Hecke, direkt so 10 Zentimeter vor der Hecke fotografieren. Bringt nichts. Auch wenn natürlich ein gewisser Erkenntnisgewinn dabei ist, aber der ist sehr gering. GPS-Empfang kann aber auch durch das Gerät selber schlecht sein. Einige billige 100-Euro-Handys zum Beispiel oder irgendwelche sehr alten GPS-Empfänger haben einen sehr schlechten GPS-Empfang. Das bringt dann nicht allzu viel. Ich habe ja zum Beispiel das Huawei Honor oder HCC One. Die haben bisher immer einen ganz guten Empfang. Das Motorola G2 war eigentlich auch ganz gut. Kamera, klar, wenn die Kamera nur 2 Megapixel macht, kann man es machen, aber der Erkenntnisgewinn ist recht gering. Die Hardware vom Mobile-Gerät oder so ist klar. Wenn es zu langsam ist oder zu schnell zu heiß wird, das HTC One ist so ein Gerät, was sehr schnell sehr heiß wird, oder der Storage ist kaputt, bringt es nichts. Akku. Wenn man so überlegt, man macht jede Sekunde ein Foto, ist der Akku vom Gerät recht schnell leer. Sollte man sich gegebenenfalls so einen extra Akku mitnehmen. Storage ist klar, jede Sekunde ein Bild, das bei richtig fleißigen Fotografiereaktionen kann man innerhalb von einer Stunde so 10 bis 20 GB Fotos machen. Wenn man dann so 4 Stunden am Tag unterwegs ist, braucht man diverse Speicherkarten. Muss man vorher alles einplanen. Wenn man dann eine ganze Woche unterwegs ist, irgendwie mit dem Fahrrad, wird es sehr amüsant. Meine Handys, die ich schon mal probiert habe, ein Mobilgerät, das HTC One M9 habe ich jetzt, Full Encryption dabei, die haben leider den Snapdragon-Chip-Satz dabei, der sehr schnell sehr heiß wird und sehr schnell den Akku leer frisst. Die haben da richtig Mist gebaut mit dem 18er-Chip-Satz. Macht allerdings ganz nette Bilder, so alle 2 bis 3 Sekunden ein Bild. Nach ungefähr 2 Stunden ist dann der Akku leer und hat aber nur so 3.500 Bilder gemacht. Hat aber so zwischen 10 und 20 GB, die man dann ins Internet schieben sollte. Leider Gottes recht unbrauchbar, wenn man da wirklich intensiv mit arbeitet. Deswegen habe ich mir dieses Huawei Honor 7 extra noch dazu geholt. Das ist mein Spielhandy. Das HTC One ist mein Arbeitshandy, das ist mein Spielhandy dafür. Das macht 20 Megapixel-Bilder. Sehr gut, sehr groß. Hat aber nur 64 GB Speicher. Somit kann man dann damit zwar rumlaufen, der Akku hält auch ganz gut durch. Aber nach so 7.000, 8.000 Bildern, was ungefähr 2 Stunden bedeutet, ist der Speicher voll. Schade. Dann braucht man entweder eine Speicherkarte oder Pause oder irgendwelche anderen Geschichten. Das ist halt eben immer so das Problem, wo man ein bisschen optimieren muss. Aber immerhin macht es gute Fotos. Das ist ganz brauchbar. Das andere Problem natürlich, wenn man so viele Fotos gemacht hat, wo ist denn das nächste Internet-Upload, wo man die Fotos wieder loswerden kann, um zum Mapillary hinzuschieben. Man kann das Ganze auch externe Platte und dann per Post an Mapillary schicken. Aber das lohnt sich dann erst, wenn man so zwei Wochen unterwegs war, wandern war. Das war ein Kollege, der auch in der OSM-Gemeinschaft sehr bekannt ist, weiß ich jetzt nicht, da war zum Beispiel unten in Albanien, waren dann eine ganze Woche, hat hinterher 10.000 Bilder mit der Festplatte zum Mapillary geschickt. War ganz brauchbar. Das Ganze, wenn man das machen will, vor dem Start natürlich am Handy oder am Mobilgerät die Version der App überprüfen. Und überprüfen, ob es noch funktioniert. Da das Ganze noch etwas Start-up-Unternehmen ist, auch nach drei Jahren immer noch, ändern die immer wieder was an der App. Deswegen sollte man vorher, bevor man wirklich wichtige Fotos macht, oder meint, man ist in der Ecke, wo man sonst nie hinkommt, erst mal überprüfen, was die App sagt und ob es funktioniert. Akku sollte geladen sein. Wichtig. Ersatzakku und externen Akku mitnehmen, wenn man mehr Fotos machen will. Ganz gut. Am Handy am besten den Flugmodus aktivieren, dann wird man nicht gestört. Weil hin und wieder, wenn man dann plötzlich Fotos macht, das Handy klingelt, ist die Futter ab, aus und man denkt sich, Moment, stopp, da war was. Na, lieber nicht. Wie gesagt, speicherfrei haben, auch schon genug gesagt. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, wie ich mit Kollegen im Zoo oder irgendwie Festivals, sollte man die kurz erklären, was man denn da macht und warum die nicht vor einem laufen sollten. Das ist zwar ganz lustig, aber wenn man mit drei Leuten rumläuft, einer macht dann dieses Google-Tool zum Portalejagen, Namen weiß ich jetzt nicht, denn ich mache mit Mappelerien und Ruckzuck hat man ganz gehaufen verrückter Leute, die da rumlaufen. Ja, die Leute gucken blöd, aber wenn dann jemand so diese anderen Kram macht, dann kann man sich wenigstens erklären, was man macht. Und natürlich, wenn man mit dem Fahrrad oder Auto unterwegs ist, braucht man einen guten Platz, um die Kamera fest, das Mobilgerät festzumachen. Es bringt nichts, wenn man die Kamera so festmacht, dass das Hälfte das Bild irgendwie immer nur die Windschutzscheibe beziehungsweise die Fronthaube vom Auto drauf ist. Nicht schön. Wenn man unterwegs ist, die Kamera, das Handy immer gut festhalten. Wenn man das gut festhält, kann es passieren, dass eine Stunde die Muskeln irgendwie kaputt werden. Sport ist so gesund, aber man braucht auch Pausen. Wenn man gerade im Dunkeln unterwegs ist, wenn es ein etwas dunkler wird, Erschütterung vermeiden. Am Fahrrad vielleicht etwas langsamer fahren, wenn man auf Gravel, also auf irgendwelchen Pisten unterwegs ist. Kann sehr unangenehm werden, dass die Fotos sehr schnell verwackelt werden. Die Kamera sollte man recht gut sichtbar tragen, damit die anderen wissen, was man macht oder wenigstens erkennbar ist, dass man ein Foto macht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das teilweise sehr nett. Aber man sollte den Sound deaktivieren. Immer wenn es klack, klack, klack macht, etwas unschön. Leider am Huawei Horn 7, was ich habe, kann man es nicht deaktivieren. Ich muss immer irgendwie... Es nervt mit der Zeit. Die Gesichter der Leute, die dann vorbeigucken, dumm gucken, einfach ignorieren. Wenn sie fragen, lieb und nett antworten. Aber ansonsten einfach nicht stören lassen, dass sie dumm gucken. Passiert. Und wie ich es hier schon vorhin gesagt habe, es ist ein Track an geeigneten Stellen, zum Beispiel an Kreuzungen, Ampel nur so mal Stop drücken, dass man wieder einen neuen Track startet. Eins der Gründe deswegen ist, wenn man dann hinterher online editieren möchte, werden immer Track-weise bearbeitet. Wenn man dann so einen Track hat mit 5000 Bildern, ist das sehr schlecht, den ganzen Track auf einmal zu bearbeiten. Entschuldigung. Wenn der Track noch 100 Bilder hat, kann man den recht einfach bearbeiten. Aber das ist so eine Geschichte, wie man es gern haben möchte. Und natürlich sollte man darauf achten, dass die App auch weiterhin Fotos macht. Nicht, dass man gerade sagt, man drückt jetzt Start, man ist schön drei Stunden unterwegs und stellt hinterher fest, nach zehn Minuten hat dann irgendwer angerufen, man hat es nicht gehört, weil das Handy leise ist und die App nimmt keine Fotos mehr auf. Da hat man drei Stunden fast umsonst gemacht. Sollte man hier nur wieder kontrollieren. Deswegen habe ich das Display immer wieder schön sichtbar, irgendwie am Fahrradlenker oder so sichtbar, dass ich kontrollieren kann, ob es noch Fotos macht. Wenn man dann hinterher fertig ist, oh ja, jetzt wird es lustig, kann man die Bilder vom Handy natürlich automatisch uploaden. Man kann es aber auch dann hinterher auf den PC senden und dann ins Internet schieben. Passt ganz gut. Und wie gesagt, bei Bedarf kann man dann das Ganze auch mit GPS korrigieren. Kann man machen, muss man nicht machen. Ansonsten hoch ins Internet, zum Appellare-Regime, auf langsam Internet, beginnt das große Warten. Ansonsten, hier an der Uni geht es recht flott, die Internetleitung ist flott. Ansonsten daheim warten. Bereinigung des Ganzen kann man natürlich online machen. Wie schon gesagt, entweder View Angle passt nicht oder GPS Position passt nicht. ist machbar, aber wenn man dann am Tag so 10.000, 4.000 Bilder gemacht hat, ist es sehr zah, sehr blöd. Online-Editor wird schon seit einem Jahr neu gemacht. Sind immer noch nicht hinterher fertig mit dem Online-Editor. Aber sie arbeiten dran. Ich hoffe mal, es wird. Es sind 13 Leute, kleine Firma. Ich warte immer noch. Die Blöditor, zum Ausblüren von Gesichtern, taugt ganz gut. Wenn man mal so möchte, kann man das mal ausblüren. Das ist auch so, wenn ruhiger Novemberabend, es regnet, passt ganz gut. Der Verkehrsschild-Editor online taugt auch. Da gibt es sogar ein kleines Game dafür, also ein kleines Online-Game. Wer am meisten gemacht hat, kriegt einen Preis so ungefähr. Ist ganz nett. GPS ist doof, das wissen wir alle. Es dauert manchmal länger, bis die Tracks erscheinen, auf der Webseite passiert. 3D-Punktwolken sind auch interessant. aus, wenn man will. Die 3D-Punktinformationen werden auch für Referenzierung der Bilder untereinander genutzt. Das Problem ist, die Höhendaten werden auch genutzt. Da gibt es zum Beispiel in Graz ein, zwei Ecken, wo so 10, 20 Stracks zusammenkommen. Und eigentlich ist es eine Straße auf einer Höhe. Aber in der 3D-Parent-Cloud sind es plötzlich drei verschiedenen Höhen derselben Straße. Das ist unschön. Da müssen Sie auch dran arbeiten. Und hin und wieder springen die Tracks in den Grazer Gassen von einer Straße zur nächsten, weil das ja mit dem GPS-Empfang zu schlecht ist. Und dann hat man plötzlich zwar die Straße A gemappt, aber in der Karte ist plötzlich Straße B, weil dort der Track langläuft. Ganz blöd. Und deswegen gibt es halt eben noch einige Ecken, wo es halt eben keine Fotos gibt, weil die GPS da nicht empfangbar war und man faul war, die Bilder nicht hinsetzen wollte. Wie gesagt, so funny stuff. Vorhin schon gott erwähnt. Man macht sich irgendwie immer zum Affen, wenn man in der Hand hat oder so. Das sieht immer blöd aus. Die Panono, das ist diese 360-Grad-Kugel-Panorama. Da gibt es noch ein Selfie-Stick. Wenn man da gute Panos machen will, sollte man möglichst wenig drauf sein. Darum macht man es meistens so. Herrlich. Die Leute gucken alle wie doof. Ich habe diverse Festivals schon erwähnt, schon in Mappelerio reingebracht. Da sind elendig viele Leute drauf auf den Bildern, aber das gehört zu einem Festival dazu. Und Mappelerio ist der Vorteil, jeder kann Bilder machen, was er interessant findet. Ich war zum Beispiel in Valhalla und gewisse andere Ecken, die bei Google Studio nie auftauchen werden. Garantiert. Und manche unbekannte Waldpfade habe ich auch reingebracht in Graz, weil ich einfach mal testen wollte, ob die App taugt und das Handy taugt. Dann war ich plötzlich in so einem kleinen Waldgebiet, wo irgendwelche Pfade waren. In OSM sind sie drin, in Google Studio werden sie nie auftauchen. Ansonsten, zum Schluss der Aufruf, erfasst mehr Daten. In OpenStreetMap beziehungsweise in Mappelerio sind sie kostenlos, sind sie nicht kostenlos, sondern frei verfügbar und frei nutzbar. Macht mehr Fotos, schickt sie hin und mappt die City von Graz, Salzburg oder da, wo ihr seid. Und es gibt genug Daten, nutzt sie, macht was daraus. Das ist das Allerwichtigste dabei. Weil die Daten in Mappelerio ist gut und schön. Man kann kommerziell sagen, ja, nein, gefällt dann, gefällt dann nicht. Aber die Bilder sind frei, sozusagen unter der Lizenz, dass jeder frei nutzen darf. Und deswegen ist es schön, dass man Bilder hinschieben kann und frei nutzen kann. Und das sollte man auch machen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, zuschauen. Ja, hier steht auch PowerPoint, weil auf meinem Rechner ist PowerPoint drauf. Aber das, gut, kann man nehmen, wie man will. Ist dienstlich bedacht. Ansonsten, Fragen kann ich dazu beantworten, außer zu PowerPoint. Und den Text da unten könnt ihr beachten, müsst ihr aber nicht. Ja, vielen Dank, Lars. Und sorry, dass ich ein bisschen gehetzt war, aber es ist so viel Information. Ich habe mich in einer halben Stunde etwas verschätzt. Fragen aus dem Plenum. Du erwähntest, dass Möbeljahre daraus ja auch 3D-Koordinateninformationen extrahiert. Hat schon mal jemand angefragt, inwiefern man sowas eventuell auch für OSM nutzen kann? Ich meine, das Volumen von diesen Daten ist riesig und für OSM würde sowieso nur ein kleiner Teil oder nur eine Auswertung davon in Betracht kommen. Wäre also vielleicht für die gar nicht so kommerziell einschränkend, wenn man da auch eine Erlaubnis hätte. Und es könnte ja durchaus nützlich sein, Gebäudehöhen zum Beispiel und solche Sachen. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber einerseits sind die Bilder frei und zum Zweiten ist der Algorithmus, den sie benutzen, auch frei. Also du könntest theoretisch die Bilder dir selber nehmen. Du kannst auch die Bilder, die du selber gemacht hast, die lokal abspeichern und den Algorithmus drauf laufen lassen. Das machen wir im Institut bei uns zur Zeit auch, den Algorithmus für Panoramen zu nutzen, um 3D-Umgebung zu haben. Und da könntest du die Daten selber dann praktisch extrahieren. Aber wirklich kommerziell oder im großen Stil wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, dass da jemand schon hinterher ist. Aber theoretisch ist es für dich machbar, weil der Algorithmus ja auch frei ist und demnach kannst du die 3D-Punktwolken selber nutzen. Das größere Problem ist, wenn du die Bilder natürlich mit einem Mobile-Gerät oder mit einem Foto oder mit einem Auto erfasst, hast du selten die komplette Höhe der Gebäude drauf. Das ist dann wieder das rein Praktische daran. Weitere Fragen? Ich hätte noch eine. Doch, ich habe noch eine. Ja. Immer gut. So kommst du mir nicht weg. Hast du schon mal versucht, das jetzt in OpenStreetMap umzusetzen, was du da eben auf dem Pillar siehst? Welche Erfahrungen hast du da mitgemacht? Da habe ich leider Gottes wenig Erfahrungen mitgemacht, weil ich faul bin. Aber ich habe früher von meinem Heimatort schon Fotos gemacht und habe die in den OpenStreetMap eingetragen. Wenn man eine gewisse 3D- oder gewisse räumliche Empfindung hat und sich ein bisschen orientieren kann, funktioniert das Entschuldigung, funktioniert das recht gut. Das gibt es auch bei JOSM mit dem Bilder-Plugin, dass man halt eben das Bild sieht und dann selber in JOSM einträgt. Das funktioniert recht hervorragend. Man muss halt eben nur ungefähr wissen, wo das Bild gemacht wurde. Mit Mapillary ist es zum Glück kein Problem. Auch mit dem Plugin für JOSM sieht man das sofort und dann kann man entsprechende Informationen auch eintragen. Das klappt ganz gut. Aber wie man das weiß bei OSM, es ist jede Menge Arbeit. Und ich bin eher einer, was jetzt hier nicht direkt drin stand, aber ich bin eh gerne mit dem Fahrrad unterwegs und wenn ich dann nebenbei Mapillary-Bilder mache, ist das für mich so ein kleiner Zusatznutzen. Hier in Salzburg jetzt zur Konferenz, vom Hotel hierher habe ich gedacht, ich laufe den Weg eh, mein Handy, mache auch Fotos dazu. Ist kein Aufwand für mich, Handy wird abgenutzt, aber dafür ist es ja da und der Rest sage ich, okay, Bilder habe ich gemacht, schick hoch, fire and forget, ist in Ordnung, funktioniert, die Gemeinschaft hat wieder was bekommen, ich habe keinen, also ich habe keinen negativen Erfahrungen damit bisher, dessen funktioniert es. Und für mich generell, ich mache mehr Sport. Seitdem ich das mache, bin ich mehr unterwegs, mehr in der Natur und habe mehr Sport. Es ist in dem Sinne ganz brauchbar. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich nochmal bei Lars. Dafür bin ich da. below. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020